Tjoaa Nein! Nein! Füße Kiste! Komm damit! Aus! Fui! Aua! Verschlossen! Aha! Toll! Schon vor der Geheimweg dahinter! Unter dieser verschlossenen! Todestür! Hoppers? Da ist eine Tür! Und ich werde sie benutzen! Ich werde sie benutzen! Ich werde sie benutzen! Genau so! Dinge! Schlüssel! Schlüssel! Ich werde sie benutzen! Ich werde sie benutzen! Das ist ein bisschen hoher. Aha! Das wird picket. Aha! Kann es in der Höhle wenigstens irgendwo einen Raum geben, in der man eine Nacht laufen könnte? Du bist doch letztes Mal schon eine Nacht gelaufen. Da ist ein Schneemann! Ah! Hocken kaputt gemacht. Hui! Hey. Ahja! Ach so! Ja, das kannst du... Ich brauche einen neuen Schneemann. Bin ich abschieben? Ich kann abschieben! So, ein hilfreicher Schneemann. Kann ich ihn durch die Tür durchschieben? Wenn ich ihn durch die Tür durchschiebe, macht er mir die Tür nicht mehr auf. Ähm. Cure. Ähm. Warte. Es war ein Versuch wert. Ähm. Ich bin verwirrt. Ich schließe mal richtig die Tür auf. Sie ist zu leicht. Tja, ähm. Öffnet sich nicht. Doch, guck mal, sie ist offen. Auch, sie lässt sich öffnen. Du musst nur schlau genug sein. Ach, ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein. Wenn die Gegner wenigstens wieder spornen würden. Sporn. Du hast hier eine Felsmauer. Bring ich dir einen raus. Nie. Schöne Felsmauer. Die spornen einfach nicht. Oh, dieser blöde Kürbis, ne? Der ist natürlich da. Na toll. Was ist denn Kiste? Die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste. Ich kann es nicht noch mehr tragen. Dann halt nicht. Ja, ich bin ja sicher auf die Kiste. Hin. Naja, und wo du wirst es wert? Äh, Speichern. Ja. Speichern, ne? Ja. Ja. Ich glaube, du hast gute Idee. Ja. Gesundheit. Hör auf, da mein Drecksweib. Aber guck mal, die Tür ist offen. Warum ist die Tür jetzt offen? Hä? Gewürgt. Ich kann dich nachfragen. Einfach freuen. Okay. Aber ich wollte es wissen. Zombies! Speichern, darf ich erst die Gegner töten? Ha. Speichern. Apropos. Das Schwert hier macht mir Schaden. Warum nehme ich das nicht? Wie geht's noch weiter runter? Oh mein Gott, wo bin ich? An diesem Ort wirst du für immer ruhen. Nee, ich habe noch eine Aufgabe. Doch. Doch. Das macht dir gar keinen Schaden. Verbrenne! Verbrenne! Gegen Medusa habe ich doch gestern erst gekämpft. Was? Kannst du sie bitte das nächste Mal richtig töten? Au! Ey, du, ich habe eine Frage, ne? Dankeschön. Kacke! Aber ich war nicht mehr versteinert. Hat sich gelohnt. Dann schwert bitte wieder. Tschüss. Au, 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 au. Ich werde dir nicht mehr versteinme. Ich glaube, wenn du den Schaden saibst. Es ist ein Schaden saibst du nicht mehr. Aber ich werde nicht mehr verstein. Das ist das Schaden. Du, au, 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 au-au, au, 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 au. auch keine bonbons magi Magie! Magie! Magie-Tranke von Dünn! So! Reicher! Hoch! Die hätte ich auch gerne! Das ist schwierig, die hat mich insgesamt viermal genervt! Was? Ist ja gemein! Diesmal nicht! Ops! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! Ich habe eine Frage! Kannst du mich befreien? Dankeschön! Was ist das? 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 So was hätte ich gestern auch ein paar Mal gebrauchen können! Das ist jemand zum Entsteinern! Also ich habe eine Frage! Kannst du Mikro auch entsteinern? Ne, das war ich! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich würde mich gerne rein, Mana! Nein, ich hänge! Ich würde mich gerne rein! Was ist das? Habe ich noch was für Mana? Huuuuh! 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 Au! Hänge! Hänge! Mist! Das gibt es nicht! Lass mich weg! Was ist denn das für eine blöde Kuh? Ist weg! Aua! Ich sollte vielleicht hier speichern! Ja! Ja, das ist sie! Nein, ich mach dich jetzt platt! Nicht du mich! Nicht dich! Keine Magie ausgerüstet! Aufgerüstete! Eil, 2-3! Hoi, du bist anstrengend! Gebrenne! U though! Jah, BlockいつERECHTL disput! Hang man! Nein. Aua. Au. Auf der Bösen Seite stehst du. Gott, ist ja anstrengend. Also wenn die ja die ganze Zeit Schlangen verliert aus ihrem Kopf, kann man dann sagen, sie hat Schuppen? Die Assassin's Creed Odyssey braucht im Moment für die Level 50. Ich bin keine Level 50. Ja, sie ist tot. Kommt wegen meiner Tränen. Welch ein Witz. Ha. Johnny? Ich kann nicht eine einzige Träne finden. Lass uns nach Jart zurückkehren. Aua. Was ist? Ich fürchte, die Medusa hat mich gebissen. Wer von ihr gebissen wird, wird selbst zur Medusa. Ich werde mich gleich in eine Medusa verwandeln. Bitte, nimm meine Tränen und rette meinen Bruder. Kann nicht. Ich werde ein Monster sein. Den Verstand verlieren. Menschen verletzen. Bitte, bevor ich meine Gefühle verliere, fing meine Tränen zu lästern. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Bitte. Ran. Bitte. Ja, okay. Tut mir leid, Amanda. Aber ich hatte keine Wahl. Ran nimmt eine Träne. Im weitesten Sinne, ja. Wobei eher die Schlangen, die Schuppen haben. Also ihr Haare. Also ja. Ja. Ran hat eine Männle getötet. Ja, eine Acht. Funktioniert nicht mehr. Ach, es funktioniert doch. Ciao. Leer. Ernsthaft? Leer? Das ist eine leere Kiste. Wo ist mein Loot? Gib meinen Loot zurück. Nein. Ich bin hier falsch. Hello? Ich bin vom Feinsten. Aber hallo. Wir sollten übrigens mal speichern. Ist das so eine schöne Kiste? Und du denkst dir ja, wow, geil. Fetten Loot. Was zum Heilen. Leer. Wie leer. Wer ist nicht? Wer gibt's nicht? Wer gibt's nicht? Nein, ich kann keine Frage mehr stellen. Ich werde nicht mehr entsteinert. Ich weiß nicht. ach ja 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 wir müssen in schloss irgendwo geht's hoch ja oder so ähnlich leuchtet einfach nur in die große villa kein schloss wo ist der typ was geht ich speicher ja dinge das die tränen und verwendet amanders tränen läster wird von davias fluch erlöst danke es fällt mir schwer dir zu sagen ähm amanda hat sich für dich und alle geopfert für mich amanda wirst du mir helfen meine schwester zu rächen ja ja läster danke gehen wir ran ein ein geheimton genau du ich hab da mal eine frage was kannst du so das musik wechsel das 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 Es sind zwei Mikros. Mikro-Lasters, das tut weh. Aua. Es sind zwei Mikros.